Musik Vor fünf Jahren haben die Grasbrunner ihren letzten Maibaum aufgestellt. Und wen man auch fragt, Mai war das schon. Heuer, so hört man, soll es noch schöner werden. Wenn man sich so umschaut, kann man es auch gleich glauben. Die Burschen haben eine neue Hütte und ein schmuckes Zelt wartet auf die Maibaum wach. Was tut denn da ein Mädel oder sogar der Vorstand von dem Mädel? Ja, eigentlich mache ich nichts, also nicht offiziell, aber wenn die Burschen mal Hilfe brauchen, auch von uns Mädels, dann helfen wir gerne mit, wenn sie es ist. Und haben Sie schon heuer eine Hilfe angefordert? Also nicht beim Helfen, also heute bin ich das erste Mal da, aber wir haben jetzt die Schuhe ausgeschnitten, das ist doch eher eine Mädelarbeit als für Burschen. Hast du schon einen Tanzpartner? Ja, ich habe einen Tanzburschen. Wie ist denn das überhaupt, die Burschen, die Mädel oder die Mädel, die Burschen? Nein, die Burschen so hören die Mädel aus. Und eigentlich ist es so, dass man mit seiner Freundin tanzt oder sie auch nicht aus dem Ort sucht. Das Programm rund um den Maibaum, La Brassbanda, mehr braucht man nicht sagen. ... ... ...